Zum Start ins Wochenende entführte DJ Bobo seine Fans in die Spielerwelt Las Vegas. Mit alten neuen Hits im Gepäck und einer bunten Lichtershow begeisterte er in der Erfurter Messehalle. Mit der Show, in der es ständig hoch hergeht und der Zuschauer unter Dauerstrom steht, feiert der Schweizer sein 20-jähriges Bühnenjubiläum. Und wer DJ Bobo kennt, der weiß, dass er sich selbst als Perfektionist sieht. Man weiß, man hat eine gute Show. Ich weiß, wir sind bereit. Es ist alles perfekt. Und das gibt dir ein gutes Gefühl. Es ist vielleicht so, wie wenn ein Spieler in ein Endspiel geht und er weiß, ich habe alles getan, was ich tun kann. Ich bin bereit. Und so fühle ich mich auch. Zwei Stunden dreht sich in der Bühnenshow alles um den Künstler, der mittlerweile zu einem Weltstar avanciert ist. Entsprechend pompös ist auch die Bühnenkonstruktion gestaltet. Glitzer und Lichteffekte, Feuerfontänen und ein künstlicher Wasserfall. Peter-René Baumann, wie DJ Bobo mit bürgerlichem Namen heißt, fährt ordentlich auf. Gedanken über eine Nachfolgeschour will er sich kurz nach dem Start von Dancing Las Vegas Ende April im Moment noch nicht machen. Ich bin ein Mann. Ich kann nicht zwei Dinge gleichzeitig tun. Also das heißt, die Tour wird erst abgeschlossen. Aber dann kurz darauf wollen wir uns zusammensetzen und schauen, in welche Richtung es geht und wann. Neben Liedern seines neuen Albums sind musikalische Neuerungen kaum in seiner Show vertreten. Die Tour mit rund 50 Konzerten geht noch bis Ende Oktober.